das war ist doch die verarsche des tages stirbt noch mal ach jetzt bleibt er natürlich noch im leben ok also er hat noch zwischen 88 und 74 lebenspunkte das heißt er könnte jetzt noch 15 haben sie dürfen alle gefühlt doppelt so oft wie ich das muss ich natürlich abhauen aber nicht mehr genügend aktionspunkte ich lebe noch und tot tot ich hatte das Gefühl die durften gerade dreimal Leute und das ist irgendwie blöd weil wir waren wir waren irgendwie so übermächtig bei den äh bei der Militärbasis wir haben die gesamte Militärbasis alleine auseinander genommen und hier schaffen wir nicht mal diese drei Gegner wobei das eigentliche Problem ist der mit dem grünen nein nicht der mit dem grünen Laser der ist das eigentliche Problem 63 der hatte zweimal gerade die haben tatsächlich dreimal die dürfen dreimal schießen Leute warum dürfen die dreimal schießen als würden die mich jetzt zweimal auslassen warum das verstehe ich nicht warum dürfen die mich zweimal auslassen ich gehe jetzt einfach gleich hierher ich lege sie noch die Waffe und beende meinen Zug ha geil ach jetzt darf ich wieder ich laske es noch wie viel hatte der jetzt habe ich dem Entscheidungen gemacht 21 und 25 sind 36 und dann solltest du jetzt tot sein genau 39 und jetzt hier raus ha funktioniert gleich Munition nachfüllen als nächstes müssen wir sie nach hinten locken Leute damit wir sie mit dem Flammenwerfer besser angreifen können okay wie viel haben wir es jetzt 16 Uhr warten wir bis Mittag und dann nochmal bis zum Abend dann sollten wir wieder heilen können ja schon wieder bei anstrengt ich habe nur das Level wie geil ja gibt es da den starken Rücken noch starker Rücken ja allerdings glaube ich wir haben das Spiel jetzt gleich vorbei und ich hoffe wir werden das hier nicht in die Luft jagen ich glaube wir müssen nur noch den Meister töten deswegen würde ich das jetzt einfach mal lassen irgendwas bräuchten wir und dann wieder Hmm. Okay. Spezialkönnis. Das hört sich eigentlich richtig geil an. Das hier ist noch geiler irgendwie. Ja. Mhm. Mhm. Scharfschütze gefällt mir auch. Aber die kommen ja sowieso irgendwann immer auf uns, äh, äh, nah zu uns hin. Mhm. 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 Das ist, das hört sich auch geil an. Oh, das auch. Das wäre auch geil. Ah, nein. Lieber nicht. Ist das, äh, äh, äh. Hm? Ja. das ist geil Leute zwei Aktionspunkte gratis die ich nur für Bewegungen nutzen kann das ist ja geil das gefällt mir jetzt am meisten gerade das wäre auch geil aber naja aha ja das wäre natürlich auch geil okay also ich könnte hier einen Auktionspunkt zusätzlich bekommen beliebig für irgendwas oder ich nehme zwei die ich zum Lauf sicher zum Laufen nehmen kann Leute ich glaube ich nehme die die zum Laufen hier mehr Bewegungen die nehme ich jetzt jetzt haben wir zwei Auktionspunkte extra zum Laufen und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt 19 Fähigkeitspunkte statt 17 aber wieso nicht ach weil die Intelligenz erhöht wurde dadurch habe ich jetzt glaube ich auch mehr hier Anzahl der neuen Fähigkeitspunkte pro Level jetzt habe ich tatsächlich dadurch zwei mehr zu verteilen geil Moment mal aha jetzt muss ich neu rechnen aha okay dann verteile ich jetzt einfach 10 10 Punkte und die hätte ich jetzt ganz gerne auf große Waffen dann jetzt verteile ich jetzt noch 5 5 Punkte auf haha ja auf was auf reparieren so dann noch 2 Punkte auf auf Falle wo ist Falle hier dann noch 1 Punkt auf Handeln und 1 Punkt da wo wir am wenigsten haben und das ist glaube ich Stehlen jetzt haben wir über mindestens 33 Punkte Leute das gefällt mir ich glaube wir sind gerade mächtig stärker geworden oh okay warten wir also wieder bis zum Abend und dann bis Mitternacht ja fast wir haben schon 104 Lebenspunkte das tolle ist ich glaube wir haben jetzt 121 oder sowas okay dann warten wir jetzt einfach bis Mitternacht mir ist sehr übel mir ist sehr übel also Lebenspunkte sind voll ich habe keine Verstrahlung oder so naja speichern wir sogar sogar 123 Lebenspunkte Leute geil ja geil die haben uns noch nicht mehr gesehen Leute eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich einen normalen Schuss machen aber gut warum dürfen die jetzt schon wieder zweimal mal auf ich die dem die wir sind wir Null. Null. Das ist geil, Leute. Hahaha. Mein Tod ist nah, meint er. Bin ich ja mal gespannt. Kann ich an ihm vorbei? Nein, ich könnte hier vorbei. Egal, versuchen wir dann für unser Glück. Ich glaube, er ist das. 90 Punkte kritisch. Geil. Jetzt hat er zwei Simpacks benutzt und wirft seine Granate. Au. Ja. Jetzt hat er kritisch getroffen, oder? Ja. Ausgerechnet jetzt muss der Typ kritisch treffen, der sonst keinen Schaden macht. Oder fast keinen. Ausgerechnet jetzt. Wir hatten noch 20 Leben übrig, Leute. Und der Typ war tot, der den viel Schaden macht. Ja. Ausgerechnet. Hat leider nicht ganz gereicht. Ja. Zumindest der andere sieht uns nicht. Aber ausgerechnet, der sieht uns. Ja. Einfach mal ein bisschen schießen und dann kann ich ja noch ein bisschen gehen sogar. Haha. Was? Nein! Das kann doch nicht sein. Jetzt sieht uns der Typ. Gehen wir wieder hoch. Das hat funktioniert. Cool. Ich dachte, ich müsste vor der Treppe stehen. Okay, heilen wir uns, Leute. Ich habe mich mit der Fächer drüber anstrengt. Mit der auch. Geht es jetzt? Ja. Ich habe mich mit der Fächer drüber anstrengt. Ich habe mich mit der Fächer drüber anstrengt. Ich habe mich mit der Fächer drüber ansteigen.